Hallo, hauti komai, herzlich willkommen zum neuen Fortnite Shop. Heute am Sonntag, 13. August und ich bin heute natürlich sehr spät. Der typische Sonntag, Wochenende, immer was los, Action on the poor. Ja, wir haben aber 44 Items im Shop, wir fliegen das natürlich gerade mal, wir haben nämlich was Neues dabei. Wir gucken uns das aber ganz schnell an. Einmal hier Oleander, den Skin, der hat einen weiteren Stil hier mit Maske aus. Eigentlich so ein ganz nicer Skin. Hier mit dem Backlink dazu. Aber sowas in der Art haben wir auch eigentlich schon. Aber dann haben wir noch die Axt dazu, auch die kennen wir schon in der Art, ähnlich. So, aber ganz nice. Also wer sowas noch nicht hat, eigentlich schon schön. Dann haben wir hier das Zika-Paket, das ist zurück nach 33 Tagen. Einmal mit dem Skin, hat hier noch einen weiteren Stil ohne Maske. Backlink dazu. Die Axt. Und das ist Sibirius, der Gleiter, großer, lauter Skin. Die sagt alles nach 33 Tagen zurück. Und hier ist alles nochmal einzeln. Wir fliegen ein Stück tiefer, da haben wir uns so ein Nickerchen zurück. Das Bundle ist zurück nach 33 Tagen auch. Der hat hier noch einen weiteren Stil. Einmal als Kissen, mit so einer schönen Flausche-Decke. Dann gibt es da die Traumkugel als Rücken-Accessoire. Die Einschlaf-Hilfe. Den Skin mag ich eigentlich ganz gerne. Findet irgendwie witzig. Das war was Besonderes. Nachtflieger, der Gleiter und traumhaft die Lackierung. Alles wie gesagt 33 Tage her und hier alles nochmal einzeln. Dann haben wir hier unser Neon-Leuchten-Paket zurück. Das ist nach 44 Tagen zurück. Einmal mit Nachtlicht, mit Lightshow. Dann haben wir den Leuchtstab. Dann haben wir Leuchtflug, den Gleiter. Und hier auch nochmal alles einzeln. Nächste Zeile haben wir die täglichen. Einmal Sonnenblume, die ist nach 45 Tagen zurück. Süßer Skin. Dann haben wir Finsterherz, nach 105 Tagen zurück. Hat herzlose Schwingen damit bei. Dann gibt es Wespe, den Gleiter. Der passt auch oben zu dem Skin. Ist auch so mit Grün. ist zurück nach 7... Oh, 789 Tagen. Ja, 789 Tage her. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Aus Season 1. Interessant. Dann haben wir Zwielicht Mosaik. Ist nach 68 Tagen zurück. Zahnseidenwirbler. Kennt auch jeder. Ist nach 37 Tagen zurück. Windig. Nach 49 Tagen. Und dann haben wir hier unten noch die besagten Jujutsu Skins. Und das war es dann auch schon mit dem schnellen Shop für heute. Mahalo zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.